Herzlich willkommen bei der Cold Water Challenge der freiwilligen Feuer Wetzlar, Wache 1. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kameraden des KRWs Ortsverband Wetzlar für die Nominierung. Wir nehmen die Challenge lieb und gerne an und haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Feuer auf, okay! Feuer auf, okay! Feuer auf, okay! So, jetzt sind wir exakt auf 20 Meter und jetzt geht es einfach nur steil runter. So, das sind jetzt 20 Meter Höhe und hier ist noch einmal voller Eisbüttel. Wenn wir was machen, machen wir es richtig. So, Jungs! Jetzt, Wasserbarsch! So, Jungs! So, first! So, jetzt! So, jetzt! So, jetzt! So, jetzt! So, jetzt! Wohin! Ich denke, das ist der Beweis dafür, dass wir die Challenge bestanden haben. Im Gegensatz dafür, lobenieren wir jetzt die Freiwillige Feuerwehr Wetzlar Steindorf. Freiwillige Feuerwehr Framzenberg-Hauber. Freiwillige Feuerwehr Marburg-Werder. So, ihr habt es nun 48 Stunden Zeit, eure Challenge zu erfüllen. Ansonsten freuen wir uns über ein berauschendes Grillfest mit euch. Die 100 Euro spenden wir trotzdem, und zwar an die Kinderkrebshilfe. hat das da ist 1.000 Euro.